Alter, hab ich gefühlt einen fetten Ransen. Ah, wir können ja gleich da runter. Guck mal, da ist der Blue Line Einstieg, da müssen wir nicht mal da hoch wieder. Auch sehr praktisch. So, einmal Kamerakind, Peter, auf der Blue Line. Jawoll, sehr schön, Peter. Woohoo. Woohoo. Okay. 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 Woohoo. óg. Was ist das Auto in die Kurve? Ja. Musik und entspanne genau lockere körperhaltung schön entspannen einfach rolle lassen genau, ruhig Finger schnitt und ausschütteln, wenn du Zeit hast jawohl jihaa und Wallride und Geschwindigkeit und einmal Gushäuse jawohl, schön ausfahren jawohl Então, wir sehen uns beim nächsten Mal Buenos días Zapparek Zestkadade Zesk Zestadare Zestadare Du kannst ruhig mal eine Pause machen, wenn du musst. Jawohl, hochtief entlagern, das Bike neigen, richtig stärker in die Kurve legen. Peter fahrt rechts rein, wir lassen die Jungs vorbei hier. Genau, also dann weiter und versuch das Bike noch stärker in die Kurve reinzulegen, Sattel an der Innerschenkel, Ellenbogen raus. Und dann geht's los. Es ist ein Fehler, los geht's! spannen? den gehen wir dran jetzt hier auf den trails in salba die sind zwischendrin so flowy dass du ruhig auch mal ein bisschen entspannst so jetzt kommt jetzt kommt der spaßigste teil vom trail so Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, hoi! Das geht so weiter? Kannst du gleich weiter oder brauchst Pause? Kannst du gleich weiter? Also, dann fahren wir gleich, komm Habt ihr wen überholt? Was? Habt ihr wen überholt? Komplett bunter Helm? Boah bunter Helm, keine Ahnung. Überholt haben wir ja, aber... Okay, die kommen. Okay. 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 Ich bin ein leichter Truex-Lampa. alles okay ganz ruhig das ist schön, das ist schön danke Was ist der Fahrradrad, was ist wichtig? Wenn es hier ist, im Oberkörper, dann ist der Fahrradradrad. Ja, das ist schön. Die sind die größten hier. Oh, voll gecast. Warte, warte, warte. Lass dich schön durch und den noch. Und jetzt fahren wir. Los geht's. Mit dem Blick. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich darf das Fahrrad bringen, dass du die Krippe hast Wow, nett auf dem Trail-Einhalte, Jungs Oh Gott Geschwind Pause, schön ausschütteln. Geh ein bisschen auf die Seite, dass die durchrollen können. Könntest du sagen, dass da ein Bremsbelegghundes sind, oder? Da haben wir bei dem Fahrrad... Oh ja, das kann nicht. Da müssen wir unten geschwind neue Bremsbeleggen. Es flinkt zumindest so. Ja, hört sich nicht gut an. Etwas dann scheitert das. Ja, halten wir unten geschwind an beim Drive. Die Bremsbeleggen Dein Schuhbändel ist offen auf der Ketteseite. Dein Schuhbändel auf der Ketteseite. Danke, danke, danke.